Musik Knapp 19.000 Zuschauer kamen nach Eichwald, um das internationale 53. Motocross zu erleben. Auf nach Eichwald! Sie sahen spannende Rennen und packende Zweikämpfe. Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Mit von der Party war unter anderem Chris Pfeiffer, der vierfache Stunt Riding Weltmeister, mit seiner Schaueinlage. Musik Und abends war natürlich wie immer in Eichwald Party mit den Woppels angesagt. Musik 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 Unser Clubfahrer Max Nagel begeisterte sein Heimpublikum mit zwei Laufsiegen. Der MSC Eichwald bedankt sich bei allen Helfern und Besuchern für eine erfolgreiche Veranstaltung 2013. Wir sehen uns 2014 wieder, wenn es heißt Auf nach Eichwald!